Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Cloudpunk. Wir sehen uns im nächsten Mal. 800 Meter nur noch, gut. Die beziehen wir jetzt nicht besonders durch. Da waren wir doch schon mal, hm? Bitte parken, danke. Ja, da waren wir am Anfang. Okay. Mhm. Okay. Okay, wir haben abgeholt. Jetzt müssen wir es ja nur abgeben. Moment mal. Das kann man hier parken. Procedures. Change your face. Change your life. Aber Reparatur, Speedbooster, Vitroantenne. Okay, also auch da haben wir eine Menge Möglichkeiten, Geld rauszuhauen. Aber jetzt haben wir zu viel in der Wohnung rausgekommen. Ich finde die Möglichkeit, die ă kolejigart wird sogar durch. Möge Arbeit. Vierge Bezug auf den Boden. Fertig. 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 So, einmal weiter. Ah, wir müssen wieder durchsatruhen. Ja, woher? Warum steht das mal? Aua! Du sollst vorsichtig fahren da. Danke. Ich habe kein Geld zum Auto reparieren. Ich würde sagen, hier muss ich raus. Und irgendwo einen Parkplatz finden. Da hinten ist ein P. Da ist einer. Was sind das Strafenrennern? Pfnuspriger Fleisch, super. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Garantiert. Ich komme irgendwann zurück zu dir und kaufe dir auch noch deine Jacke ab. Vielleicht. Da ist noch eine Lochkarte. Ich will mir nur noch 10. Mit dir habe ich aber schon geredet, oder? Ja. 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 Danke schön. Hi. Ja. 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 Mhm. Was ist das? Eine Sammelkarte. Wow, Goldseher hier. Ziemlich seltsam. Und da steht der Türsteher. Was sind Sie? Ich bin hier, um ein Paket zu geben. Natürlich sind Sie. Bist du nicht. Ich muss mich über die V.I.P. in der V.I.P. Das ist mir wert. Wie? Ich habe nicht viel Geld. Ich will nicht Geld. Ich habe mir ein bisschen Juice. Juice? Tram und alle Bauten. Korpsak aren't allowed to hold them, so if you bring me some, I know you ain't a cop and I can sell them. Oh, ein Händler. Du tust? Mann. Falsche Art von Händler. Ah, da drüben. Ich glaube immer. Ja. Gut, aber keine Korpsak. Got it? Danke. Thanks. Mhm. So, schau mal, was ich für dich hab, lieber Türsteher. Danke. Danke. Mhm. Traffic in this sector is above safe limits. Please drive carefully. Da muss irgendwo was liegen. Da. Ein Speicherchip, okay. Da steht Lomo. Da steht Lomo. Oh. 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 That's right. You bring me packages. No questions. No mistakes. We'll be friends. If you let me down, probably not. I understand. What's your name? Rania. Well, Rania, I have some advice for you. You want to heal? Sure. You gotta don't fuck with me look on your face. But those are some clean hands. In the city, you've got to adapt quick. All the shit in the world ends up in the sea. But we still swim in it. If you dilute anything enough, it becomes tolerable. You hear what I'm saying? Not really. The city moves real fast and you got to move with it. You make a million choices a day to survive in Nivalas. And some of those choices are gonna hurt folks. You ain't got time to think about that. You just keep moving. Understand? I think so. All right. Get going then, Rania. Cora willing, you might just make it through the night. Okay. That looks like a girl. That looks like a girl. Parents? Attractive friends. Fill your home with creative holograms. My Hobot system. How about holograms? Still real. You can always touch them. So. That looks like a girl. Okay. Okay. Just give me the gist. Uh-huh. 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 Oh. Uh-huh. 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 A code word used by hackers and an anarchist group. An expression for when you're tired of shit. Why do you ask? It doesn't matter. Just give me my next job. You're delivering to an unsanctioned street race. So watch out for Korpsek. Pick up a drive converter from Emmett's garage. Your delivery target is never slow Joe. Control out. Can I say there? Here? Here? Chemist, I want you to do a deep search for Korra. Not mainstream corp networks. Hit the deep net and the under net. Is it important? I don't know. I see it everywhere. And there was something about Control's reaction. It means something to him. Won't we get in trouble? Oh. My head. I don't feel good. You don't have a head, Chemist. You're running on a low clock speed processor, so that's why you're struggling. Take yourself offline while you do the search. I'll be okay without you for a while. You need to swim. You remember how to do that? You need to copy yourself into the other networks and travel upstream. I remember. You're looking for Korra, remember? I want old data. Where did the name come from? That's your focus. I will try. Going now. Camus Automata now offline. Okay. You mad him yet? Who do you mean? Rubrik. We're not best friends. Why? He took my place. I was Lomo's number one hacker. What happened? There were lines I wouldn't cross. So you're an ethical hacker. You say that like it's an oxymoron. I... I guess it's not. I've known hackers who were good at all. I guess. You want some free advice? Stay away from Rubrik. Lomo will use you to get what he wants, but Rubrik will be the one that cuts your future short. That's what happened to you? Not yet. He'll get me one day. I hope not. Oh, I don't doubt it. Okay. Hey. Wir haben doch alle einen Knall hier. Gut, wir sollen einen Antriebsumwandler holen. Das klingt ja eigentlich nach einem harmlosen Auftrag. Andere Richtung. Ja. Handelsbezirk. Oh wow. Da müssen wir eine Kurve machen, aber wir können es auch so machen. Und den Speedboost hier nehmen wir. Haken. Hi, Emmett. Nope. Um... It regulates the hydraulic output of the water tanks. It wears out fast, but without it, you got no grav lift. The sump builds up residue from the runoff, because we got no clean water down here no more. Only the fancy overcloud hovas can run without a drive converter, because they use pure H2O. You're not listening, are you? I think they need this pretty quickly. You're right, they do. You better get going. What do they do with it when they get it? They don't mess around with it. That's the main thing they do, or don't do. Once they stick the drive converter in the universal maintenance slot under the passenger seat, the servitors will fit it in on the fly. Oh man. Ähm, ich hätte jetzt gott 300. Speedbootest. Treuer. Nee, lassen wir's. Ich nehm nur mal kurz ne Abkürzung. Ist okay? Höher. Weiter runter. 40 m. Where is never slow, Joe? Are you part of the race? I've got a drive converter for him. They went already. I'm the start line. Can I head them off? I'm really just here to wave them off, miss. Dammit. Control, are you on the come? What do I do? The race has already started. I'm here. Joe won't get far without that part. I'm giving you a nav point. Seems like he might have broken down already. Seriously? You have to complete this job. Remember what we told you when you signed up? No failures. Without that part, he's not even going to be able to land safely. Get to him as fast as you can. I'm not much of a racer. I'll try. You can do this, kid. Remember, straight roads are for fast cars, but the city is for fast drivers. Oh shit. Here's Tiko. Here's Tiko. Here's Tiko. Back in Tokyo, during the Sakura, we had a picnic in the park. Tokyo? Sorry, I don't know the city very well. Is that below Midtown? It is a different city. You mean like a different district? When I last saw her, it was not in Nivalis. Sorry, Tiko. I think you might be getting confused. There is only Nivalis. Everything west is just townships and settlements. There are no more cities. This is it. We grew up together. I've known her since I was 13. Tiko, that must have been a very long time ago. I don't really understand when people talk like that. You don't understand what? Time? When people say the feelings are from long ago. They don't change. The people you cared about when you were young. Have those feelings gone away? I guess not. But some of them aren't around to love anymore. I don't understand. We sat under the cherry blossoms. She ate fresh strawberries, and we watched the sun rise together every day through the summer. Uh huh. And one day the sun rose, and it was too bright. Far too bright. Her family said they would have to move away. I think your memories go back very far, Tiko. Yeah, I just think so. And I grew up together. Even after the big sunrise, when she moved away. All I wanted was to see her again. When she left, it was like I didn't exist anymore. When she moved to Tokyo, we would see each other less and less often. Then one day... It is not fair. I moved here from far away too. I know how you feel. Are you alone here too? Not quite. I have one friend, maybe two. I have to keep looking for Nari. She might be looking for me too. Where will you go next? I have heard people live in the thermal vents, where they used the steam to stay alive. I will look for Nari there. She always liked the bathhouses. That sounds like a good plan. Do you think the vents will be like the bathhouses back in our village? I don't think so, Tiko. But you never know. No, the one has probably nothing to do with the other. So, what do you have? What are you looking for? Whatever it is, I got it. Thanks. Hey, come back anytime, lady. I'm sorry. A cassette. I think that's a kind of ancient Speichermedium. On the cover are some people with old monsters, who fight against each other. It's quite good to see. Maybe there's a Sammler to see if he's behind us. Maybe there's a Sammler to see if he's behind us. Okay, then let's see if we have another one. What is this for a customer? So, ein Laden bis jetzt, so. Was denn? Okay. Schokoriegel. Ja, ja, natürlich. Also, da unten ist er nicht. Ich muss den wahrscheinlich wirklich irgendwo umpfiffen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Moment. Jetzt sagt er hoch. Ah, da oben ist er. Soll ich denn zu dir da hochkommen? Warte mal kurz. Da irgendwo am Parkplatz. Hier geht es aber nach oben. Ich bin gleich wieder auf dem Parkplatz, wo ich gerade war. Ja, okay, gut. Ich habe es kapiert. So. Dann müssen wir wohl zum Hinlaufen. da kommt einer. Ah. Nach oben, bitte. da. Da liegt doch der Lut irgendwo. da ist er doch. Da ist er doch. Okay. Ja. Mhm. Alright, on the run, Rania. I gotta go. I've got a race to win. I'll see you around. Okay, yes, we're down there. There's another off sugar. What? Joe is an old man. Maybe it would be safer if he retired. If I give this part back to Emmett to settle his old debts, he'll keep racing. So, are you going to sell the part at some other mechanic man or take it to the Mr. Emmett mechanic man? Have I again alternatives? Is that so? In the lock car. What do you mean? Nothing that I would like to use. Oh, the party. How do I actually sell it to a buyer? Hmm. Eh, no, I don't get to my motor. One, two, three, three. No. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Ich meine, aber Autowellenfahrt nicht doch selber wissen, oder? Ich brauche einen anderen Aufzug, der mich da runterbringt. Ich bin da vorne zum Beispiel. Ja, wo bleibt er? Da kommt er. Ich habe jeden Tag die gleiche Routine, oder? Schlimm. So, einsteigen. Und jetzt überlegen wir uns, zu wem bringen wir es denn jetzt? Zurück zu Emmett, damit er seine Schulden bezahlen kann? Ich denke, ja. Ich bin ja gekommen, Mensch. Ah ja, genau. Darum können wir die Abkürzung wieder nehmen. So, Emmett, ich habe da was für dich. Hi, Emmett. Joe hat gesagt, dass er das zu geben ist. Joe ist als alt als ich. Ich kann nicht glauben, dass er noch zu fahren ist. Er hat gesagt, dass er das Geld verdient? Er ist sehr nahe. Er hat nicht gewonnen. Er hat viele Räste gewonnen. Der 14. Platz hat nicht viel Geld verdient. So, er wird nicht nötig werden. Soon, aber nicht heute. Das macht mir das Geld. Ja. Genau. Ah, Speedbooster kostet noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kaffee? Oder die anderen Kaffee? Es gibt sowas wie Kaffee? Ja, ich komme mal. Beach Okay, und bevor wir beim Café sind... Warte, was ist denn hier alles los? Ich möchte doch nur durch. Tweet! Irgendwie hat es geschrieben gehabt, es erinnert einen an ein fünftes Element. Oh ja, dieses hoch, runter... Aber ich bin kein Taxifahrer, ich nehme nicht jemanden mit. Noch einmal hoch, oh Gott. Da gehen wir gerade runter, ich bin mir gerade nicht sicher. Und jetzt müssen wir da nach links, Augen zu und durch. Hier fangen wir gerade. Und wo war das Wasserwerk? Wir müssten ziemlich unten sein. Café-Typ, okay. Café-Typ, wo ist der nächste Parkplatz? Die sind ganz unten, da schau. Und für das Wasser kein Nebel. Cool. Ist hier irgendwo ein Parkplatz? Da hinten, Moment, ich habe gerade einen gesehen. Da ist doch ein Parkplatz. Dann nehmen wir den. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.